Ich bin Carla und ich bin 13. Ja, ich bin Freya, ich bin 14. Ich bin Anna, ich bin 15. Ich bin Jenny und ich bin auch 15. Und ich bin Lara, ich bin 14. Wir sind heute zum ersten Mal hier. Also ich finde die Juh bisher richtig cool. Ja, das ist auch ganz cool, weil wir sind reingekommen, haben gleich ganz viele Gratisgeschenke bekommen. Das ist eigentlich richtig cool. Also ich könnte mir vorstellen, später mal einen sozialen Beruf zu machen, da ich jetzt auch gerade ehrenamtlich arbeite. Und da passt das dann auch recht gut. Also ich arbeite, wir haben bei uns in der Stadt ein Youngtime. Und da arbeite ich ein- bis zweimal die Woche, vier, fünf Stunden lang und passe halt auf die Kinder auf, helfe ihnen bei den Spielen. Wir haben so eine Mädchengruppe. Und ja, also da kommen auch viele Kinder hin, die halt zu Hause nicht so viele Möglichkeiten haben, das zu machen. Am Anfang des Jahres hatte ich Konfi-Fahrt. Das ist auch von der evangelischen Jugend. Und dann waren da ein paar Leute, die halt erzählt haben, was sie noch so machen in der Jugend. Und dann dachte ich mir, ja, das ist ja voll cool, so ehrenamtlich arbeiten. Das habe ich ja noch nie gemacht. Aber es ist ja auch eine gute Sache. Und wenn man Zeit hat, soll man die Zeit auch nutzen. Und so habe ich mich dann halt dafür entschieden, das ehrenamtlich zu machen. Also meine Familie fand das gut, weil wir sind an sich eine Familie, die halt sehr offen ist. Also wir spenden auch monatlich und so. Wir helfen halt gerne anderen. Und ja, also die fanden das auch alle recht gut. Also mein Opa war halt auch sehr krank. Und dann war er auch einmal in einem Pflegeheim. Und die hatten da auch nur für eine richtig lange Schicht auch nur so zwei Leute für ganz viele Leute. Und das ging halt auch gar nicht. Und dann haben wir den auch wieder zurückgeholt. Und ich finde, dass die halt ein paar mehr Angestellte haben sollten. Und auch ein paar mehr Pausen, weil das ja auch ein richtig anstrengender Beruf ist. Also ich finde auch, dass halt soziale Berufe sehr wichtig sind in unserer Gesellschaft. Und dass die Leute, die halt sowas auch machen, dann viel mehr Geld bekommen sollten. Ja, also ich bin auch der Meinung, ich finde, dass soziale Berufe in dieser Gesellschaft sehr wichtig sind. Weil ohne Leute, die sozial wären, würde die Gesellschaft kaputt gehen. Und deswegen finde ich, dass sie erstens viel mehr Anachtung dafür bekommen sollten. Und zweitens halt auch mehr Geld, weil es ist halt sehr wichtig. Also ich würde den sozialen, die, die soziale Berufe haben, auch mehr Geld geben. Weil auch die alten Leute oder so, die sollen ja dann noch ein schönes Leben haben. Jemand, mit dem sie reden können. Und halt auch schön gepflegt werden können. Also ich kann euch allen nur raten, auf die Juts zu kommen. Das ist richtig cool hier. Das ist richtig cool hier.